So, jetzt muss ich aber rüber und jetzt gehen wir nochmal zu der, äh, ne, nehm das Pferd mit, aber vorher gucken, ob wir, ob wir hier noch Mofo, kannst du hier was lernen, klar, reinigen, reinigen das Licht kann er, nein, nein, leuchten auf, nein, heldenhaftes Schicksal, plus 9 Glück, mach ich einfach mal, nö, da muss ich wohl wirklich zu Koth und da aber habe ich immer keinen Bock drauf, daher gehen wir da hin, oder wir gehen vorher zu diesem, äh, äh, zu dieser, zu diesem Tempel, weil ich glaube, die schaffen wir jetzt leicht, die Gegner, nicht leicht, aber es wird nicht schwer sein, denke ich. Ähm, davor ist eine Statue, aber ich traue mich nicht, sie zu fragen, doch hinter dem, hinter dem Einkaufswagen ist eine Statue, da könnten wir ran. Oh ja, wird immer besser, der Spruch wird wirklich immer besser, ernsthaft, so, was haben wir hier, im Eldertag, ich habe keine Ahnung, was ihr von mir wollt, nein, Hinweis, Wort, okay, am Elrath-Tag beten, ich habe keinen Elrath-Tag, nie, irgendwie, wann ist Elrath-Tag, kann ich das irgendwie rausfinden, durch, wenn ich meine Bücher endlich mal lesen würde? Es wäre ja was, aber, dann bin ich selbst schuld. Da, Expertin, Primär, Magie, besitzt schon Feuer und Erdmagie, besitzt auch schon. Okay, dann bitte nur Mana-Tränke und flüsterne Schatten. Danke, ihr habt immer wieder ein paar, das sehe ich, das finde ich sehr nett von euch, dass ihr da mal wieder aufstockt. Und ansonsten habt ihr eigentlich, glaube ich, nichts wirklich Gutes. Nö, geht weg. Nein, bleibt da. Natürlich bleibt da. So. Jetzt gehen wir da hin. Kann ich von der Seite, nee, nichts von hier. Zehn Glück. Und... Wir speichern mal hier, falls ich es überhaupt nicht schaffe, muss ich nicht den ganzen Weg zurücklaufen. Aber ich will mal wissen, was das ist. Der elementare Dingens läuft uns ja nicht weg. Verflucht Ruin. Aber ich habe immer noch einen nicht besseren Zauber. Was? Scheiße. Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Ich glaube... Yes hat was gesagt. Mann, Yes, wieso hat das so geheilt? So ein Scheiß. Oh, oh, oh. Na ja, Ghast. Ah, Ghast. Wieder unten. Ah, okay, 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 okay. Man kann sie nicht vergiften. Aber... Man kann... Man kann... Eisring machen. Geil. Geil. Aber erstmal werde ich mich schützen. Ganz ruhig. Stimmt ja, er hat ja neue Zauber. Das habe ich ganz vergessen. Mal schauen. So, jetzt machen wir das doch mal. Wie viel braucht er dafür? Eisring braucht 20 Mana. Und das braucht 15. Warte mal. Ein... Einer schleudert 4. Macht 3355. Und eine Runde lang. Und Eisring macht... Okay. Ist wirklich für... Für... Für Leute. Dann tue ich das mal so hin. So. Ha, 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 ha. Hast du auch neue Magie eigentlich bekommen? Ich glaube nicht. Nö. Aber trotzdem kann ich Feuer machen. Bäm. Bäm. Ich habe immer noch die magische Rüstung. Just saying. Ich kann... Aber... Ich mach mal... Hm. Eigentlich ist das ganz gut. Für 20. Also... Mach das wieder. Dann werden die so schön schwach. Hm. Ja, Helen kann mich auch nachträgen. Wenn da keine weiteren kommen. Warum nicht? Oh. Hi. Ja. Wieder mal einer, der zu spät kommt. Aber dann kann er jetzt... ...sie alle entzweien. Und so schützt er uns für diese Runde. Weil er sie nicht abhalten kann. Ich schaff das. Dann schaffe ich vielleicht ja sogar hier, wenn ich wiederkomme, die, 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 die verschollene Stadt da. Ha. Muss man drüber nachdenken. Aber... Yes braucht wirklich mehr... ...Energie. Ja, ja. Wie gesagt, heilen können wir immer noch. Wenn es nicht so heftig ist wie beim anderen. Jetzt hauen wir den Gas. Die anderen werden ja sowieso noch getroffen. So. Bitte den Gas hier ganz vorne. Bitte den Gas ganz vorne. Nein. Den... Den Gas ganz hinten scheinbar. Ja, okay. Dann eben den. Mir doch egal. Meine Fresse. Warum müsst ihr hintereinander stehen? Ineinander. Könnt ihr das nicht zu Hause in euren eigenen vier Wänden machen, ey? What the fuck? What the fuck? Why? Achso, ja, weil er unter 50 war. Ja, schon gut, schon gut. Dieses super Dingens gehauen. Ich verstehe schon, ich verstehe schon. Gas ist ne Bitch. Scheiße ist daneben. What? What? Also, Waini ist ordentlich tot, würde ich mal sagen. Aber so richtig tot. Ich brauche auf jeden Fall wieder Belebung für, 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 yes. Meine Fresse, Waini. Heil dich mal. Wie sie sofort ihr ganzes Haar verliert, wenn sie stirbt. Was hat er gesagt? Besuch mich auf Tumblr? Nö. So, schützen. Ja, hier kannst dich, kannst dich rächen. Und? Oh, die Musik hört nicht auf. Bitte Musik, hör auf. Bitte Musik, hör auf. Bitte Musik, hör auf. Na, vielleicht kommt ja noch was. So, was hast du denn hier? Äh, starb der Leier ist auch weitergegangen. Eine erfolgreiche Anregung der Wahrscheinlichkeit von schlafend. Oh. Äh, Farazana war eine literische Musikerin und spielte gerne auf der Leier, die sie dann zu einem Bestandteil ihres Wappens machte. Hm. Äh, okay. Was labert er denn die ganze Zeit? Experte in magischer Foki. Ja, das ist natürlich doof. Muss ich nochmal machen. Ich glaube, wir brauchen dann auch langsam mal die magische Foki. Hier, haben wir hier irgendwas? Nein. Und da? Nein. Die Armbrust. Äh, nein. Die Maske. Nein. Die sechs großen Zwergenclans wurden von einem sagenhaften Vorvater gegründet. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gelesen. Aber okay. Ah, Waini bekommt. Mal ein bisschen mehr Vitalität, weil du hast das überhaupt nicht ausgehalten. Das war ziemlich peinlich. Dann, ähm, dein Ausweichwert ist schon gut, aber kann auch ein bisschen besser werden. Deine Wahrnehmung auch. Das heißt, sie wird nicht stärker, einfach nur besser an sich. Ansonsten habe ich, glaube ich, keinen. Oder? Oh, keine Reliquie mehr. Äh, du bekommst ein hier, zwei hier. Und, weil du sonst auch so wenig hast. Einmal Energie. So. Warte mal, wenn ich jetzt speichere. Das ist doch ziemlich dämlich. Aber ich speichere. Na, ich weiß schon, was ich tun muss. Oder was ich tun werde. Ich weiß schon, was ich tun werde. Nein, ich will nicht sterben. Elf, die zwei waren Teil des Shantiri-Empires. Schöne Scheiße. Ja, ja, ich weiß. Lass mich doch erst mal kurz überlegen. Ich muss jetzt wieder, ähm... Scheiß... Zahn... Rad... Zahnräder, aber ich will es. Keine Umlaute. Mann, das kann ich die ganze Zeit wieder ausprobieren. Die Musik. Hä? Ich kann da nicht ran? Auch da nicht? Doch. Eine weiße Flüssigkeit. Eine weiße Flüssigkeit war... War... Wahrnehmung. Also... Oh, er hat was gefunden. Sehr schön. Und da sind priesterliche Armschienen drin. Die man, äh... sich eigentlich auch gleich angucken kann, weil... Ich sowieso gleich kämpfe. Boah, jetzt hängt das wieder an mit der Musik. Sorry. Das verwirrt mich so. Vorhin war das alles so viel besser. Wenn die Musik einfach nur die Klappe hält. Widerstand gegen Feuermagie und Ausweichenfertigkeit. Äh... Das ist das andere viel besser. Da ist das andere viel besser. Wollte ich damit sagen. Und... Nö. Ist ja gut jetzt. Nö. Das ist nicht so gut. Ich meine... Nö. Oh mein Gott, sieht das geil aus. Licht. Äh... Äh... Was ist hier? Abwehren. Abwehren. Na, was haben wir hier? Sperrwerfer und Garst. Okay, das sind alles die, die auch unten in der verschollenen... Also in der nächsten Ebene sind. Dann bin ich ja mal gespannt. Ob ich das schaffe. Äh... Ich kann sie nicht töten. Also ich kann sie nicht vergiften oder sowas. Aber ich kann sie entzweien. Und er kann... Ähm... Ähm... Mist. Palschrum gemacht. Aber er kann die anderen ein bisschen stärker machen. Und der Garst ist ziemlich scheiße mit seinem... Mit seiner Hälfte. Daher... Hau ich nur mal zuerst. Oh ja. Das wird wieder was. Hei, 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 hei. Wainy ist schwach. Äh... Wainy ist geschwächt. Ja, dann Wainy. Dann kannst du dich ja... Kannst dich ja wieder heilen. Ja, bitte. Gluck, Gluck. Ne. Gluck, Gluck. Mach die Eister... Eisterbahn? Die Eisenbahn. Wer schützt... Du machst 90 und du machst 88. Das ist vollkommen egal. Es kommt jetzt darauf an, was besser wäre. Du heilst, du schützt. Und du haust und verfehlt. Da warten schon die nächsten auf uns. Man, ey. Immer diese Leute, die ewig brauchen. Sehr schön. Ähm... Du erneuerst die, damit wer mal hier Feuer machen kann. Was bei mehreren Dingen nicht gut ist. Ah, nicht schwach machen. Aha. Ja, hier. Hilft das gegen Schwäche? Nein. Lame. Äh, dann feuer sie nochmal. Und du machst sie. Ich glaube, ich habe nicht mehr so viel hier. Wir haben bestimmt wieder ziemlich doll geholen. Ja. Ne. Schade, dass es nicht angezeigt wird. Schade, schade. Oh, bam. Ja, ja. Der Mische hat wieder... Warte. Vergeltung. Ja, schon wieder. Man sieht das manchmal nicht, woher das kommt. Das finde ich mir so schade. Oh nein. Er kann es nicht machen. Ich habe einen Fehler getan. Ich habe einen Fehler getan. Ich habe einen Fehler getan. Einen Fehler gemacht. Äh, getan. Der er nicht getan werden... ...tun sollte. ...tun sollte. ...wainny tooting. Okay. Okay. Oh, 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 oh. Okay. Hei, 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 hei. Äh, dann... ...du schützt uns einmal... ...und du heilst dich selbst. So. Ich glaube, es war nicht so gut. Weiterhin den Gast. Ich hasse dich, Gast. Hat die Fresse. Ich habe gute Sachen, Reliquien und sowas. Ich könnte mir gar nichts. Ich könnte mir alles. Aber ich könnte mir gar nichts. Bim, bim, bim. Er ist gar nicht so stark mit seinem Speer. Also geht jetzt. Hm, 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 hm. Dann mach du das, damit er sie einfach schwächer machen kann. Und trotzdem ein bisschen treffen. Ach, shit. Warum muss ich immer entscheiden? Ah, ich kann doch gar nicht sehen, was passiert. Das ist so unfair von euch. Au, 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 au. Alles, alles, alles braucht einen. Ein, boah, der Bau. So, einfach nur, damit er nicht mehr angreifen kann. Ich hoffe einfach mal, dass die Seelen ab... Ja, aber du schaffst das schon. Du schaffst... Was? Jemand kann das doch sicher zaubern. Anti-weak hier. Muss er wirklich einen Trank benutzen? Ah, okay, komm. Ich weiß, ich hab den Zauber, aber... Äh, es ist jetzt besser, wenn... Wenn, 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 wenn... Wenn, wenn, wenn er schützt und er Magie macht und sie angreift. Ah, nicht schlecht. Rainy ist ja auch gar nicht mal so scheiße. Ah, wirklich? Dann lassen wir das. Dann lassen wir das. Dann musst du halt Weak weitermachen. Was? Rainy ist geschwächt. Ja, ja, ja. Ich schwäch den Gegner doch auch, also. So. Puhu, alles 44 Erfahrung nur. Gut. Ähm. Wollt ihr sowieso rasten, oder wie sieht's aus? Bringt das was? Durch rasten kann es aufgehoben werden. Ja, komm. Ich hab jetzt genutzt, da alles aufzufüllen. Rasten wir. Ich mein, was... Was ist der Nachteil beim Rasten? Wer rastet, der rostet. Oder irgend sowas. Oh, ich muss jetzt wieder... Erstmal guck ich, was mich erwartet. Wer labert da schon wieder? Okay. Okay, die sind überall Gegner. Das heißt, ich benutze... Ich fühle mich stärker. Buschukar. 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 Voll süß. Voll süß, wenn Gate zaubert. Buschukar. Was ist das? Was? Was meinst du? Etwas gesehen. Mofo sieht was. Da. Mofo darfst du. Sehr schön gemacht. Stolz auf dich. Minotauron... Ach, naja. Ja, ich bin trotzdem stolz auf dich. Auch wenn es sich nicht wirklich lohnt. Woaaah. So ne Säue. Äh, kann ich die Tür nicht einfach wieder zumachen? Warte mal. Am besten... Ja, ich weiß. Genau das mein ich nämlich. Äh... Schon wieder? Okay, ich hätte es vielleicht nicht machen sollen hier reinkommen. Ist doch ein bisschen zu schwer noch. Ach, wer aber weiß, wie die Elementarschmiede ist zurzeit. So. Brauchen die noch lange, oder? Ah, da seid ihr. So. Ich hab, ja... Schreckt Lähmung, Schlaf... Ich hab davon nichts, das heißt. Äh, mach Feuer. So. Dann wollen wir doch mal gucken. Und zwar... Deshalb hat die Musik vielleicht nie auf... Ja. So. Ja, Rainy ist schon mehrmals schwach. Rainy ist ja auch eine Frau, natürlich ist sie schwach. Oh, Rüstung ist wichtig. Oh, würde ich gern was anderes zaubern, aber... Ah, mhm, okay, doch. Mach ich so. Ist einer davon stärker? Nein, alles Skelett. Scheiße. Alle Skelett-Arschlöcher. Ja, das greift an und macht... Also, wisst ihr? Himmische Rüstung ist so teuer. Ich probier das einfach noch so. Jetzt ist auch Gage schwach. Genauso, wie es nicht sein sollte. Genauso, wie es nicht sein sollte. Wer macht jetzt das? Und du? Jetzt kommt jetzt schon der Nächste. Der ist jetzt wieder zu... Nicht schwach genug. Damn it! Hm. 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 Die Frage ist jetzt... Ach, ich mach ja lieber die Steinhaut. Jetzt weil... Die sind ja schon fertig. Also, die haben ja schon kaputte Rüstung. Och, shit. Nein, ich geh gleich wieder raus. Ist noch ein bisschen zu schwer. Ein bisschen. Also, es ist eher so wieder... Muss nicht sein, ne? Ich weiß auch nicht. Ich möchte einfach überall rein. Dann denke ich immer so... Kann ich nicht trotzdem irgendwie schaffen? Ist das Ehrgeiz oder Dummheit? Nee, einfach Neugierde und Gier. Gier an sich. So. Ähm. Das bringt eigentlich nichts. Dann... Guck mal. Aber sie werden sowieso wieder schwach. Also... Machen wir das so. So. Und jetzt können wir es ein bisschen besser machen. Jetzt treffen wir alle. Wer wurde getroffen? Wie gesagt, hast du dich selbst getroffen? Oder was? Das war seltsam. Wenigstens treffen wir immer ordentlich. Ja, jetzt wartet der Geist schön, bis er auch mal drankommt. Weil wir dürfen so ein Vier und dürfen auf einen stehen. Die nicht. Fair. Bäm. Ach, schade. Nicht geschafft. So. Und jetzt ist die Frage. Ähm. Nee. Einmal zaufe ich noch. Einmal abwehren. Jetzt muss ich wieder... Wieder mal... Nach... Nach tanken. Tanken, tanken, tanken. Das müsste ein Gegenstand geben, der automatisch irgendwie regeneriert oder so. Das wäre schön. Wo der automatisch tankt mit einem... Das gab es schon immer mal bei einem Rollenspiel, wo du automatisch ein Item benutzt. Ich glaube bei Feindfinanzi 3 oder sowas. Auch bei 4. Wo du automatisch ein Potion benutzt. Aber da total bescheuert. Weil es total deine Strategie durcheinander bringt. Hier wäre das super. Wenn du unter 10 kommst, das wäre automatisch eine benutzt oder so. Ohne dass du eine Reihe... Eine Runde verlierst. Das wäre super. Ähm. Machst du das. Das kommt die Geistfotze eigentlich noch. Oder will die nicht mit den Männern zusammenarbeiten. Das wundert mich ein bisschen. Hm. So. Äh. Mein Schutz ist auch schon wieder weg. Warum? Für 5 Runden. War das 5 Runden? Hm. Wow. Warum seid ihr so viel schwerer als der andere? Okay. Der verstehe ich noch. Der ist nicht... Der hat nicht Rüstungsverringert hier. Aber... Meine Fresse. Ich kann nichts vergiften. Das bringt wieder überhaupt nichts, die neuen Sachen zu haben. Na, vielleicht weil die noch nicht schwach waren. Doch. Ihr wart von Anfang an schwach. Haha. Das war jetzt doppeldeutig. Und gemein. Oh mein Gott. Ist ja gut jetzt. Der muss jetzt auch tanken. Ich schaffe das nicht. Da kommen noch andere auf mich zu. Ich will das nicht. Hau du erst mal. So. Was? Er ist nicht Toad? Dann haust du ihn tot. Sehr schön. Dafür musst du jetzt nichts aufbringen. Ah. Fuck. Nein. Der stirbt auch gleich mit dem... Nein. Nein. Wird es nicht. Wenn es nicht getroffen wird. Mofo ist gelähmt? Es ist versteinert. Wasser oder Primärmagie aufgehoben werden. Wirklich. Ich sterbe jetzt deshalb. Bitte sag mir, ich habe was gegen Lähmung. Hier. Ein Glück. Ein fucking Glück. Ich habe noch alles einigermaßen gut dabei. Geht doch. Geht doch. Jetzt geht es los. Jetzt muss ich immer aufpassen, was ich tue. Oh mein Gott. Und zum Beispiel. Warte mal. Sie sind untot. Also Gift und Qual. Qual. Das nennt man die Verbesserung von Gift. Ah Leute. Was mache ich nur? Aber ich versuche. Ich mache es so. Betrifft er wenigstens ein bisschen. Und macht sie... Aber wenn sie zaubern. Das bringt also nicht viel. Ich schütze uns mal. Was ist da fehlen die ganze Zeit? Shit. Damit sind Vayne und, 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 und Gate ziemlich egal. Ich meine, er kann nicht noch ein bisschen zaubern. Mäh. Mäh. Probier's Vayne. Probier's. Fuchtel rum. Fuchtel einfach doll rum. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Warum macht er nicht Yesni irgendwie so. Nur Mofo macht das. Das ist sehr seltsam. Ach. Ich kann schon nicht mehr zaubern. Ah. Das ist ja... Mit was... Was greifen denn die Schreckensgespenster an? Mit Dunkelheit, oder? Ja. Nur Frauen gibt es als Geister. Ist mir aufgefallen. Hm. Sind die immer so bitter, wenn sie sterben? Ah, die sind immer bitter. Oh, 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 oh. Getroffen. Yay. Und? Nicht getroffen. Heilung. Schuss. Und treffen. Und nicht treffen. Okay, Vayne muss, äh... Mana in sich nehmen. So, in sich aufnehmen. Wow, Gate. Wow. Nicht schlecht. Lähmung schützen. Hätte ich fast vergessen. Und... Trinken. Ich wollte eigentlich ganz was anderes. Auioioioioi. Heilung. Schützen. Angreifen. Ja, widersteht mal. Das ist auch mal ganz schön. Angreifen. 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 Shit. Hm. Einmal Heilung habe ich noch. Äh... Angreifen. Ja, Stufe des Schild. Ist gestiegen. Cool. Letzte Stufe war das. In den Kriegen des Feuers starb Richard in der Schlacht, als er die Stadt Kilburn gegen die Dämonen verteidigte. Zu seinem Gedenken wurde er mit dem Titel Ritter von Kilburn geehrt. Oh, super Ehrung. Der auch auf sein Nachkommen überging. Ja, die haben auch voll was damit gemacht. Und was habe ich? Also, betäuben kann ich ihn, wenn er angegriffen wird. Und eine Grundabwehr plus. Hat nur er Grundabwehr jetzt. Gibt nur das Schild Grundabwehr. Trotzdem glaube ich, haben wir das Beste, oder? Also, würde ich mal sagen, dass das Schild ziemlich gut ist. Vielleicht findet man ja noch ein besseres Reliquien, aber dann wiederum glaube ich nicht so viel. Mal schauen. Wenn wir schon bei der Hälfte sind, ne? So, äh, ich werde nochmal geheilt. Also, so gesehen. Ah, was mach ich? Schütz uns mal vor Arkanen Scheiß. Und du, obwohl du angreifen sollst, heilst dich. Verfehlt, Arschbacke. Blödianieren. Ja. Hier, ich will nicht Bitch sagen. Das ist in letzter Zeit zu häufig bei mir. Du, 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 doofe Kuh, du blöde Schreckensgespensterin. Du bist doofi. Oh, was ist das? Ei, ei, ei. Du bist ein richtig doofi-doof. Hier, so doll hau ich dich. Take cover! Take cover! Nachdem ich schon getroffen wurde, darf ich das. So, das darf er jetzt. Das Geld sich mal verdient. Tschüss. You'll have to.